so und damit ein hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu final fantasy 10 2 in der hd remastered version und wir sind in kilika reporter kilika um es genau zu sagen und zwar vor dem haus von donner die ehemaliges das ehemalige medium was wir aus dem ersten teil schon kennen und wir gehen mal ein wir haben hier gut zu sehen was mit barthello nothing out of the ordinary da hängt eine karte von kann ich eigentlich warum war da was genau hier ist noch eine truhe 1500 gilt nämlich mit so reden wir trotzdem noch mal mit ihr haltet ich bitte daraus ist gut jetzt lassen mich alleine okay dann gehen wir raus und wir gehen mal hier ein bisschen durch die stadt weiter will ich dahin ich mach mal kurz noch mal zurück ich glaube das war der falsche irgendein typen muss ich noch an quatschen ich weiß irgendwo irgendjemanden muss sich noch an quatschen hier ist noch eine truhe erst mal da oben auch nicht stimmt hier auf dem schiff stimmt hier auf dem schiff hier liegt ein schiff da muss das muss sie den muss sich oder da musste ich einen an quatschen und zwar ich glaube hier sogar den kameramann direkt erst mal da drüben wird der stützpunkt der jungen liga gebaut okay die junge liga will also tatsächlich ihren stützpunkt von sag mal von dings von dem fungus passt ihr hauptquartier nach dort verlegen schätze ich mal hier schaut ihn euch an hoffentlich ist er bald fertig genau ich glaube das ist irgendwie so dass der die junge liga von dem dass wir wissen ja schon dass sie fungus passt damals da wo damals die offensive war dort ihr hauptquartier haben und ich glaube das wollen sie von dort hierher verlegen irgendwie so dieses schiffen dienst für transportmittel zwischen hauptquartier und zielorten ganz unter uns irgendwo auf dieser insel soll es einen wahnsinns bereut geben ein wahnsinns bereut interessant kommen wir nehmen das boot jetzt runter dann sind wir glaube ich ja wir gehen kurz raus aus kdk weil ich ich glaube ich will da ich will zu einem anderen ort noch finde ich und zwar stopp erstmal hier ist noch eine truhe wenn wir schon mal hier sind ne sagt so nebenbei ihr könnt springen indem ihr kreis gedrückt haltet bei ps4 nur so als kleiner hinweis dann springt die über solche abgründe so habe ich irgendwas was ich verkaufen oder kaufen müsste eigentlich ja nicht lassen wir noch mal aber wir speichern noch mal hier auf dem schiff natürlich nase juckt und cooler das ist uncool wenn die nase juckt ist es uncool so und wir wollen nämlich genau nach sende kennt wollen wir jetzt jetzt wollen wir nach sende kennt sende kennt ruin spiro jagd in seine kennt eine spiro anpeilung aus den inneren der ruinen an so einen ort wird sich wohl ein wichtiger 1000 jahre alter spiroid finden das ist es wehr we set that night the seven of us im never talk about it i didn't want to share my memories i wanted to keep that feeling this place within me forever now look at it ich weiß wer wer auf die idee kam das wird nicht so toll sein jagd nach den super spiro in den ruinen von seine kennt wurde ein spiroid geordnet findet ihn vor allen anderen spiro und dann ziel findet den super spiroid genau haben wir noch mal aufladen und zwar er hier ist schuld verzeihung kennen wir uns aber natürlich ich weiß nichts davon mit auf eine sie für die Ich weiß, aber trotzdem. Ich wollte nie jemand anderes stehen. Yuna? Nichts. Vergiss es. Wenn du so sagst. Ah, ich muss jetzt arbeiten gehen. Bitte, take care, Yuna. Nämlich jetzt einfach mal hier zum Dom laufen. Einfach zum Dom laufen, den wir ja hier haben. Oh, die Typen kennen wir doch schon. So, und da treffen wir nämlich, hm, der hätt's gedacht, den Bruder von Ishtar. Ishtar? Was war noch mal der Fingerzeig? Es ist Fee. Da haben wir die nämlich gesehen. Und wir gehen in den Dom, natürlich. Wir folgen denen einfach mal. Witzloser Weise. Und die, äh, Strecke kennen wir ja schon. So, Attacke, Attacke. Und beten. Attacke. Wir haben größere Fische zu frieren. Wir haben größere Fische zu frieren. Das ist Hana. Und das ist Taro. Schön, dich zu treffen, Frau Yuna. Was machst du hier? Es gibt Fienden. Fienden? Ha! Hm, guck mal da im Hintergrund. Hm, guck mal da im Hintergrund. Guck mal da im Hintergrund. Wir sind Sphäre-Hunter. Die Kindergarten! Die Kindergarten! Die Kindergarten! Sieh, du hörst auf irgendwelche Artikeln? Ja, so kalt, du musst eine Klug finden, die Schmerzen zu finden. Aha, das ist richtig. Warte! Schhh, wir haben 15 ganze Geld für das. Komm, wir gehen! Kindergarten! Geh raus! Hm. See you, Lady Yuna. Ah. 15 Geld für eine Klug. Hm, 15 Geld für einen Hinweis. Ja, die kennen wir ja auch noch. Ne, die werten Freunde. Ich finde es schön, dass das Beten tatsächlich zwar heilt, aber keine MP verbraucht. Und wenn ich richtig liege, müsste Beten trotzdem genau. Nämlich, das heilt die ganze Gruppe, das heilt die eigenen. Ich schätze mal ein bisschen besser als Beten. Vita ist auch Einzel- und Gruppe. Genauso Vitra und so weiter. Deswegen. Hm. Komm her, komm her! Liedst du mir? Oh, hey! Ich wollte diese Klug, das ist Mon, oder? Nein, es ist nur, dass ich ein paar Kinder sagen habe, es war Key. Hm. Aff. Fee. Fee und Aff. Waaah, die Gullwings? Keyman? Fee? Monkey! Geh! We won't let you off so easily this time! Ja, das werden wir ja sehen, wie einfach wir hier rankommen. Zack, 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 zack. Oh, Panzerbrecher gelernt. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich schön. So. Alles klar. Ah. Hm. Ah, da gehen Erinnerungen hoch. Woher kommen Erinnerungen hoch, eher gesagt. Wenn man mal so bedenkt. Gesundheit gelernt. Cool. Hier, kleine Fische. Cool. Dings haben wir auf jeden Fall schon mal gelernt. Oh, ne Mega Phönix. Das ist gut. So. Weiter geht's. Hey, du Monkey. Was für ein überwältigender Ort. Trott an den Atem. Sagt mal. Seid ihr zufällig Spearanta? Jawoll. Wir sind das Mövenpark. Findet ihr nicht, dass ihr etwas zu ehrlich seid? Nö, warum? Gesundheit. Na, sag ich doch. Heilt. Äh. Tatsächlich. Äh. Ein bisschen besser als jetzt. Das Ding. Zack, zack. So. Mal kurz hier runter gucken. Hier ist nichts, wenn ich richtig sehe. Nehmen wir die Schatztruhe da drüben noch mit. Oh, Gott. Panzerbrecher. Einfach drauf kloppen. So, einfach draufkloppen. Wie Rico da updance, das ist auch geil. So, Phoenix-Feder. Und die nächste Ja, ja, kommt mal her. Gehilfen. De, de, de. Okay. So, genau. Hier sind jetzt in der Hinsicht alle möglichen Typen und Touristen, Spirohunter, Pipapo. Wir wollen aber in den hinteren Bereich. Und ich würde sagen, bevor wir weitergehen, beende ich jetzt erst mal diese Folge. Denn wir sind kurz vor der Kammer der Astra, wo wir ja dann später, schätze ich mal, auf Sid treffen werden. Und bevor die Szene dann zu lange dauert, mache ich hier mal einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht. Hier in Sennikind. Auf der Jagd nach dem Super-Sproid, der hier versteckt liegen soll. Also, tschüss, tschau, euer Lovus. Geza. 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 Geza.